Moin Leute, das geht und willkommen zu dem kleinen Infovideo. Das soll wirklich nur ein ganz kurzes, kleines Infovideo sein, wo es auf meine WhatsApp-Community aufmerksam machen müsste. Die müssen länger verfolgen, wissen es, es hatte bereits schon seit einigen Jahren eine WhatsApp-Community-Gruppe und seit längerer Zeit gibt es schon die Möglichkeit, das offizielle Communities auf WhatsApp zu erstellen. Und dies habe ich hier für Game-Accounts einfach mal gemacht. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr dem beitretet, kommt ihr erstmal zu so einem Ankündigungs-Community-Tab, in dem ich immer ankündigen werde, wann ich live bin, wann Events dort finden, wenn ein neues Video online ist. Einfach sobald irgendwas dir passiert, werdet ihr es dort ankündigen. Ihr erfahrt es direkt von erster Hand, wenn ihr in der Gruppe beitretet. Und des Weiteren habt ihr optional auch noch eine Möglichkeit, der Community-Gruppe in dem Sinne beizutreten. Einfach die Fortsetzung für dem, was die Community-Gruppe bis jetzt war. Heißt, dass ihr eben euren Austausch und Sachen reinschreiben könnt, posten könnt und so weiter. Das findet jetzt eben quasi das neue Zuhause innerhalb von dieser Game-Accounts-Community auf WhatsApp. Und einen Link dazu gerne mal absecken, ist in der Videobeschreibung. Es wird uns freuen, wenn ihr dem einfach beitretet. Ihr habt da nichts zu verlieren. Das Ganze ist anonym, heißt, eure Nummer ist für andere nicht ersichtlich, was ganz gut ist. Und ihr könnt, ja, wie gesagt, einfach den ganzen Mal beitreten, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung in erster Hand, wenn ich live bin. Oder neue Videos hochladen, heißt es, ist euch dementsprechend sehr interessant, hoffentlich. Und für mich bringt es auch was, da es euch dann immer direkt zu und einfacher informieren kann. In dem Sinne, würde es mich freuen, wenn ihr der Gruppe beitretet. Und ja, bedanke mich für das Zusehen für ein geiles Infovideo. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Und ciao.